Guten Tag, ich bin der Tobi von eevaco und zeige euch heute das automatische Laden von Dateien mit Hilfe durch Snowpipes. Wie ihr einen Batchload durchführt, habe ich euch bereits in einem vorherigen Video gezeigt. Mit Snowpipe werden Dateien automatisch geladen, sobald diese in einem Staging-Bereich verfügbar sind. Das bedeutet, sobald eure Daten in eurem Amazon, Google Cloud oder Microsoft Azure Stage vorhanden sind, werden diese mithilfe einer Snowpipe in Snowflake reingeladen. Dabei gibt es zwei Mechanismen zum Erkennen der verfügbaren Staging-Dateien. Da ist einerseits das Automatisieren von Snowpipe mithilfe von Cloud-Messaging und die zweite Möglichkeit ist durch Aufrufen der Snowpipe Restendpunkte. Hier in unserem Beispiel werden wir Cloud-Messaging zum Automatisieren verwenden und wir werden es mithilfe eines Microsoft Azure Containers machen. Dafür ist zuerst die Erstellung eines Event-Grids für die Azure Storage Notification notwendig und mithilfe dieses Event-Grids werden neue Dateien im Cloud-Speicher von Azure erkannt und es wird eine Nachricht mit einer Liste an den neuen Dateien, die in den Microsoft Azure Container geladen wurden, weitergeleitet. Dadurch weiß die Snowpipe, welche Dateien neu reingeladen werden müssen. Dieses Event-Grid habe ich jetzt bereits erstellt. Wie man dieses erstellt, verlinke ich euch auch nochmal unter dem Video. Was wir jetzt zuerst in Snowflake machen müssen, wir müssen eine Notification Integration erstellen. Diese nennen wir Customer Snowpipe Integration und wie ihr seht, werden wir hier noch eine URL benötigen und eine Tenant-ID. Diese holen wir uns jetzt einmal aus Azure raus. Dafür wechseln wir einmal das Programm, den Tab und gehen jetzt hier einmal auf unseren Storage-Account, gehen dann auf Queues und sehen hier eine Queue, die ich bereits erstellt habe und können uns hier unsere URL einmal rauskopieren und hier einfügen. Als nächstes brauchen wir die Tenant-ID. Dazu gehen wir wieder in Azure, wieder in die Overview, dann auf unseren Azure Active Directory und hier unten auf Properties und dann sehen wir hier unsere Tenant-ID. Diese kopieren wir einmal und fügen diese hier wieder ein. Jetzt fügen wir einmal durch. Wir sehen, Successful Created. Wir können uns einmal unsere Integration anzeigen lassen und im nächsten Schritt machen wir jetzt Desk für Describe unsere Integration. Ihr werdet jetzt, wenn ihr das das erste Mal macht, wahrscheinlich nur die ersten drei Zeilen haben. Ich habe das bereits einmal durchgeführt, deswegen habe ich vierte und fünfte Zeile hier noch dabei, aber das soll jetzt hier in dem Tutorial nicht stören. Wir müssen uns zwar, diese dritte Zeile ist für euch relevant, die Azure Consent URL, müsst ihr euch einmal den Wert hier rauskopieren und in einem neuen Tab einmal einfügen und zwar wird hier einmal Snowflake autorisiert, Zugriff auf euren Azure Container Zugang zu haben, indem ihr hier Zustimmung im Namen ihrer Organisation und Akzeptieren drückt. Wenn wir jetzt auf die Snowflake Homepage kommen, hat es funktioniert. Ja, hat geklappt. Und das war jetzt aber noch nicht alles. Wir müssen der Snowflake App jetzt noch Berechtigung geben. Dazu gehen wir jetzt hier einmal auf Enterprise Applications und vielleicht müssen wir einmal Refreshen und genau da ist sie jetzt unsere Snowflake App. Klicken wir einmal drauf und kopieren den Namen und gehen als nächstes in unseren Storage Account und hier können wir jetzt einmal in Access Control können wir eine Rolle erstellen und diese nachher unsere Snowflake App zuordnen. Dafür gehen wir hier oben einmal auf Add, Add Role Assignment, Job Function Roles, Data Queue, geben der Rolle Storage Queue Data Contributor, müssen wir auswählen und selekten jetzt die Members, die wir der Rolle hinzufügen. Das ist unsere Snowflake App, die wir hinzufügen. Hier unten rechts noch einmal auf Select und das war es schon. Jetzt müssen wir mal Review plus Assign und damit haben wir auch schon die Rolle erstellt und unsere Snowflake App hinzugefügt. Damit können wir jetzt als nächstes in Snowflake weitermachen. Da erstellen wir jetzt eine External Stage. Wie man eine External Stage erstellt, habe ich bereits in meinem vorherigen Video erklärt, deswegen werde ich hier nicht mehr in die Tiefe drauf eingehen. Aber was ihr aus Azure braucht, ist einerseits die URL und den SAS Token, den könnt ihr euch da rausziehen, damit könnt ihr eine External Stage erstellen. Als nächstes erstellen wir die Zieltabelle, in der wir die Daten reinladen wollen. Und jetzt schauen wir einmal, okay, die Tabelle ist nicht leer. Was wir also machen, wir benutzen einmal den Truncate-Befehl, kopieren uns die Tabelle. Und natürlich ist falsch geschrieben. Truncate, so, mit N, Klassiker. So, genau, da haben wir es. Jetzt sehen wir, die Tabelle ist leer. Als nächstes werden wir unsere Snowpipe erstellen. Das machen wir mit diesem Befehl. Wir müssen einerseits die Integration, wählen wir den Namen aus, den wir ihr, der Notification Integration hier oben gegeben haben. Autoingest is true. Das bedeutet, die Daten werden automatisch reingeladen. Und hier unten haben wir noch den Copy into Befehl, der von unserer Snowpipe ausgeführt werden soll. Jetzt schauen wir gerade einmal, okay, wir haben hier schon Daten in unserer Stage drin. Deswegen hatten wir auch gerade in unserer Tabelle schon Daten drin. Jetzt machen wir es einmal so. Wir gehen hier in unseren Storage-Container. Storage-Container. Löschen diese. Diese hat Snowflake gerade einmal hochgeladen. Und fügen hier neue Daten hinzu. Wenn ich jetzt genau die gleichen CSV-Dateien mit genau dem gleichen Namen auch hochladen würde, dann würde Snowpipe das erkennen in den Metadaten. Und würde diese nicht automatisch hochladen. Deswegen habe ich die Namen der CSV-Dateien ein bisschen verändert. Diese laden wir jetzt hier hoch. Und jetzt müsste es einen Moment dauern. Genau. Und Snowpipe hat diese jetzt erkannt. Snowpipe hat erkannt, in unserem Azure-Container wurden neue Daten hochgeladen. Und diese sind jetzt hier durch Snowpipe direkt in unserer Tabelle geladen worden. So könnt ihr halt Daten automatisch aus euren Azure-Containern oder aus euren Google Cloud oder AWS-Buckets in eure Snowflake-Data-Warehouse hochladen. Ich hoffe, euch hat das kurze Tutorial gefallen. Wenn ihr noch mehr Infos rund um Snowflake sucht, klickt auch auf eins unserer anderen Videos oder schaut auf unserer Homepage vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.